Herzlich Willkommen zurück zu The Last Remnant. Wir haben ja ein, zwei Sachen gefunden, als wir verkaufen. Halblatt, okay, der... Hä? Oh, wir haben immer noch Plot und WM dabei. Cool. Ähm, ich will mal gucken. Gefangene, Abscheuliche, 200 und 225. Hm, das ist natürlich jetzt die Frage. Behalten wir die, oder? Äh, also, behalten wir die. Da ist es nicht. Sind die hier nicht... Achso, ich hab rausgedacht. Gefangene Monster, oder... Kann ich die überhaupt noch... Achso, ich hab nur eine Sch... Oh. Ich hab nur eine Chance, die zu öffnen. Das heißt, ich kann die jetzt gar nicht mehr. Äh, öffnen, okay. Ich hab Dinge im Inventar, von denen ich nicht weiß, wo ich die habe. Ähm, ich kann die jetzt gar nicht mehr öffnen, also verklaufe ich da drauf so einfach. Auch wenn das jetzt vielleicht ein Fehler ist. Da haben wir nur eine von... Da haben wir auch nur eine von... Weck auf. 1495 Gil. Ich sag jetzt einfach mal, dass das Gil sind. Brutkomponenten. Ich hab keine Ahnung, was wir dafür... Äh... Aber was genau wir brüten können. Kräuter... Das erschließt sich irgendwo noch. Das weiß ich. Ausverkauf, was auch immer es ist. Aber waffentechnisch sind wir ja irgendwie auch gut aufgestellt. Und ich drücke immer Select, wenn ich ins Menü will. Ähm... Was eigentlich ein Fehler ist. Warum tue ich das immer? Äh... Ja, die Menüführung, das ist noch nicht so ganz meins. Ähm... Da muss ich drücken, so. Meine Güte. Künste. Wir haben Nahtzaug... Stärkungskraut, okay. Okay, ich kann die unzugänglich machen. Warum auch immer ich das tun sollte. Okay... Milizynische Kräuter werden kombiniert mit LP-analliierten. Gönigfügig zu heilen. Brauche ich das einfach nur im Inventar oder kann ich das so machen? Das ist die Frage. Funke 2 ist ja unsere Super-Attack. Wenn wir irgendwie alles wegpacken. Erstes war es, aber keine mehr. Wir haben immer noch Pargos dabei. Wow. Ähm... Können wir uns das auch noch alles angucken. Aber ich glaube, wir gehen mal lieber wieder zum Schloss zurück. Und ich habe das Gefühl, dass uns... Wenn wir in die Ruin, äh... Äh... In die Höhle gehen. Was ist dann... Äh... Torgal... Folgen wird. Danke für deine Hilfe bei den Rubinia-Ruinen. Ich verstehe. Frau deiner Rina war nicht dort. Vielleicht findet sich ein Hinweis bei den Gatlin-Höhlen. Dort wurden viele junge Frauen in Gesellschaft einer bestimmten Gruppe gesehen. Block da. Versuche dich im Zaum zu halten. Auf geht's, Brush. Block das Truppe ist der Gruppe beigetreten. Yeah. Block da, Baby. Hey, Rush. Bevor die Stadt verlässt. Wir wussten, dass das dein Ausführungsvollständig ist. Das hatten wir schon. Jetzt wird's witzig. Äh... Weltkarte. Wir sind gut ausgerüstet, glaube ich. Ähm... Komm, ich denke mal, da werden wir nur ein, zwei neue Dinge lernen, vielleicht. Vor vielen Jahren wurde während einer Reihe von Erdbeben eine gewaltige Höhle entdeckt. Sie ist noch immer nicht vollständig erforscht. Auf zu den Gatlin-Höhlen. Aui, aui, aui. Das sieht witzig aus. Gatlin-Höhlen. Hör zu, Rush. Du kannst die Oberhand behalten, wenn du Schlachten auslöst, anstatt in einen Hinterhalt zu geraten. Ja, ich weiß. Und es ist immer gut, um viele wie möglich gleichzeitig zu bekämpfen. Warum? Das klingt gefährlich. Je höher das Risiko, desto größer die Belohnung. Da auch. Was meinst du? Rush ist nicht so ganz, äh, dabei. Was soll das heißen? Was meinst du? Schau, probier's einfach. Okay, gehen wir. Ach ja, hätte ich fast vergessen. Hier ist eine Karte von der Gegend. Jetzt hast du keine Ausrede, dich zu verlaufen. Klar. Also los jetzt. Rush ist nicht so ganz da, wenn es umsachenverstehen geht. Wenn wir uns an einem Kampf bekämpft werden, desto größer ist die Ausdichtung auf Belohnung. Ist von mit mehr Risiko verbunden, kann aber auch unerwartete Belohnung einbringen. Okay, so war die Karte. Eieieiei. Okay, das sieht nicht zu komplex aus. Kamera, was machst du überhaupt? Schauen wir mal. Äh, also klar. Also so viele Gegner wie möglich bekämpfen. Hi, Deal. Yeah. Meinerwischt. Ähm. Das sollten wir hinkriegen. Ich bin auf Blockteil gespannt jetzt. Die Mordslage hier können Schläge nicht gut ab. Solange ja also jeder physische Angriffe einsetzt, sollte alles glatt gehen. Ich bin ja auch noch da. Hm. Versuchen wir's einfach. Alles klar. Auf geht's. Physische Ausgabe mit Kampfkünsten. Okay. Ah, Angriff. Angriff mit Kampfkünsten. A-Tack. Ist Block da eine eigene Gruppe zu sich? Tatsache. Hahahaha. Das ist wirklich witzig, dass er einfach mal ne Gruppe für sich alleine und Gegner vernichtet. Und ich einfach noch zwei Dünge zum Eingehaken. Das wundert mich aber irgendwie überhaupt nicht so zu sagen. Ähm. Ähm. Angriff mit Kampfkünsten mit Tatsache. Das ist vernichtig. Das ist einfach. Ähm. Ähm. LP gestiegen. Das war's. Fliegenstachel. Fünf. Und gefangene Rosefliege. Uh. Ich glaub die zerleg... Nein, ich zerleg sie nicht. Selang ich nicht weiß, was ich mit den, ähm... Dingern anfangen kann, die ich da kriege mit den Zutaten. Werde ich die so verkaufen. Oder einfach nur mitnehmen und dann verkaufen. Das macht, glaub ich, am meisten Sinn. Auch wenn ich da vielleicht Fehler mache. Wie gesagt, ich hab keine Ahnung, was... ...in dem Spiel wichtig ist. Okay. Irgendwer hat mich anvisiert hinter mir. Nein. Hi, Dudes. Hab ich beide erwischt? Ich zieg das dann noch auf zwei Horden. Halt sie hart, halt sie schnell! Komm, lass uns ein bisschen abkacken. Ich will sie mich alle rausschneiden. Ähm. Weil das macht zu viele Cuts und Sprünge. Wie gesagt, meine LP sind ja eher dafür gedacht, im Hintergrund zu laufen, dass irgendwas läuft. Oh. Komm, lass uns ein bisschen Hände! Oh. Oh, soll ich mythische Günste nehmann? Ah, egal. Sollte. Uh. Blockter ist fast down. Das ist ungut. Oh, das ist okay. Blockter war fast down. Was ist denn da los? Oder ist fast down? Au. Äh, okay. Ähm. Handlungsfreiheit. Ne, er holt eure LP. Von dir greift es an. Er muss sich ja holen. Perfekt. Kritisch, danke. Nochmal perfekt. Kritisch, danke. Ach, stimmt. Ich mache ein müßes Angriff. Oh, Gegner, Vernichtung. Alles gut gelaufen. Puh, da habe ich echt für einen kurzen Moment gedacht, ähm, dass ich den Kampf am Ende noch vergackele. Äh, hier meine Truhe. Lutzische Höhle, okay. Heilblatt, Berührungskraut. Nehme ich alles mit. Kann man nicht genug von haben? Hallöchen. Was ist die denn für einer? Ein Skorpion? Der ist neu. Ähm, Angriff? Mit Kaffee. Anpacken. Sollte einfacher sein. Die sehen witzig aus, die Bäume. Gegner, Vernichtung. Okay, die sind relativ... Manticore-Kralle. Brutkomponente. Was für eine Brutkomponente denn bitte? Hm. Ist das hier der richtige Weg? Okay. Okay. Das scheint echt der richtige Weg zu sein. Goddammit. Was sind alle diese Mädchen in einem Ort wie dieser? Oh, Mann. Kann das so sein? Was glaubst du, dass du das machst? Huh? So, du bist das Gruppe, dann? Die Gang der Thug, die sich um die Räume zu gehen. Slave-trading? Slave? Was? Was? W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Wir müssen uns geben, die sich auch als Du. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W! Längst dich. Ich schraubere dich! Du wirst deine Räume in dir. Räume. Du willst auch ein Stück? Oh ja! Bring es dir wieder! He! Ja, was auch immer. Es ist dein Juni. Bereit für einen B-Town! Uuund komm schon. Block da, kannst du nicht mal ausweichen? Ich kann dich nicht immer raushauen. Was? Wir fehlen von uns nun mal alle. Oh nein. Ähm. Was? Mischische Kampfkünste? Mischische Kampfkünste? Mischische Künste. Ah, zu lange. Geht mir, wenn ich immerhin etwas muss ich das nicht mit meiner Komponente. Und dann blockt er längst nicht so viel oder ist längst nicht so äh, stark gegen das oder wie Pegas. Oder kann mir das nicht so vor. Ähm. Geht's zusammen! Oh yeah! Bam! Uh. Mir gefällt das nicht, wo in dieser Kampf läuft. Ausweichen, immerhin etwas machen. Attacke. Ich kann keine, keine mystischen oder Kampfkünste machen. Äh. Äh. Was siehst du denn um den Glocken? Jetzt kommt er überhaupt nicht weg. Äh. Verdammt. Das müssen wir nochmal machen. Das war nix. Game over. Haha. Okay. Und zurück im Titelmenü. Ich fang nicht einfach da an, wo ich... Noooo. Okay. Oh, ich bin Rang 2. Yeah. Hat mir überhaupt nichts gebracht. Danke. Goddammit. Wieso? Dann machen wir es nochmal. Gott verdammt ich nochmal. Okay. Ja, ich glaube den, den... Überspringen wir einfach mal eben. Ähm. Ach, wie liegen die Sklavenhändler, okay. Ich fange mal mit Kampfkünften an, nicht mit mystischen Kämpfen. Mit mystischen Kämpfen. Mit mystischen Kämpfen. Blöck da und diesmal guck mich auch so auf dem Sack, okay. Genau. Am Anfang sieht ja auch noch alles danach aus, als würden die hier richtig, äh... draufhauen. Und noch damage machen und die Oberhand gewinnen, aber... Ey, Blöck da kann ausweichen, ich bin ein wilden Geister. Warum ist er auch ein einzelner Verband? Also nur er in Verband, das ist doch dämlich. All right, bringe es auf! Ah, jetzt habe ich bei denen nur Angriff gemacht. Jawoll. Du Gegner vernichtet. Ist der schon mal weg? Danke, Blöcker. Ach, das war sie. Ich dachte, ich müsste die anderen Dings auch noch vernichten. Nö, geil, nehm ich. Man führt das kleines Mädchen. Ich danke euch für's. Das werde ich niemals vergessen. Vielen Dank! Dich können wir heimkehren. Nein, ich habe keine anderen Mädchen gesehen. Ich glaube nicht, dass diese Gauner noch andere haben. Na, Blöck da, was sagst du zum Ganzen? Dein Gesicht nachzuurteilen hast du deine Schwester wohl nicht gefunden. Angesichts dieses Ortes hier ist das vielleicht gar nicht so übel. Auf jeden Fall gibt es keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen, richtig? Kommt schon. Lass uns nach Athlon zurückkehren. Jawoll, Blöck da. Mein riesiger Fischfreund. Hast du noch irgendwas? Ich kann euch und eurem Meister gar nicht genug danken, Lord Blöck da. Okay, warum auch nicht? Ähm, ich geh nochmal zurück und geh nochmal den anderen Weg lang. Wo ich gedacht habe am Anfang, da geht es lang. Das war die Truhe. Da bin ich ja rechts gegangen, anstatt geradeaus. Wir wissen, wo es dahin geht. Wahrscheinlich nur in einem neuen, äh, anderen Kampf. Ja, danke. Lass uns das machen. Okay, lass uns das machen. Blöck da bist du dabei, auch wenn du eben noch dahinten standest. Ja. Attacke. Kommt, lass uns ein bisschen A. Warum hab ich den Kampf einfach so verkackt? Das ärgert mich ein bisschen mehr. Perfekt. Grügner. Finish it. Das war einfach... Zeige. Schwanger Manticore. Uh, zwei Stück. Eins zerlegen. Ja. Uh, Manticore-Hülle, Reißzahn, Liesige. Komm, ich zerlege das andere auch noch. Bam! War ganz viel Zeugs. Das können wir gleich bestimmt zu irgendwas gebrauchen. Hier ist nämlich noch eine Truhe. Oder ein Artefakt, wie man es auch nennen möchte. 300 Gold. Siehste? Hat sich gelohnt. Den kleinen Umweg zu machen und da... den kleinen Camp zu machen. Lass uns mal zurück nach Athlum und die Story geht dann, denke ich mal, jetzt weiter. Weil wir die zwei... Gruppen jetzt, ja... äh... Gruppen... Dungeons, Höhlen, Orte, abgefrühstückt haben. Zurück zur Weltkarte. Auf geht's. Können wir jetzt... Ja... Mal schauen, was der Marquis, dem David... Oder Dave... Ähm... Jetzt reinfällt. Wer weiß. Ach, ich wollte auf den... Wollte in die Straße. Egal. Wer weiß. Ja. We are already looking into this, Lord David. You should not trouble yourself further. More importantly, we have learned of something else similarly troubling. Multiple sources have reported seeing a bright light flash across the sky. A flash? Every so often, remnants emit light. It's called luminescence. The light could have been luminescence from the Valeria Heart, or the Gay Bulg reflected on the clouds. Ah, but the Valeria Heart and the Gay Bulg are bound. They have not seen a luminescence in a long, long while. Then, maybe a different remnant. That light moved as if it possessed a mind of its own. Very different from luminescence, to be sure. Then, a flying monster. So it would seem. Where was the light headed? Towards Dillmore. Fine. You four take Rush, and head to Dillmore immediately. It seems we're up against a flying remnant. No way! That's... that's impossible! The Academy's research on newly discovered remnants may be ongoing. But they have never announced a remnant with the power of flight. No. It must be a remnant. No other possibility makes sense. Now we're up against a group that has its hands on an unknown remnant. Choose your battles with discretion. Retrieving Arena is top priority. Yes, my lord. Don't sweat it, Dave. We're the good guys. We'll definitely get Arena back. ... ... ... ... ... ... ... Emmas Truppen sind der Gruppe beigetreten. Yeah. Gruppenmitglieder. Pegas, Torgel, Emma und Blockter. Gut, Emma und Blockter sind bei uns. Das ist gut. Emma ist gut, das wissen wir ja. Und Blockter und Torgel. Pegas und Torgel sind die anderen. Okay. Das ist cool. Das freut mich. Ich werde jetzt mal zurückgehen und auf den Markt und so. Äh, Xifers Weg. Schauen, ob ich neue Sachen kaufen kann. Ob ich altes verscherben kann, was wir so gefunden haben. Und für viel. Hey, Buddy. Kann ich bei dir was Neues kaufen? Nein. Ähm. Fangige Rosenfliege. Naja, 95 Gold. Okay. Die auch zerlegen können. Okay. Hier kann ich auch nicht wirklich viel von benutzen. Ähm. Wahrscheinlich kann ich das irgendwann mal irgendwo benutzen. Kann ich bei dir schon was kaufen? Werkstatt ist noch im Aufbau. War nicht einfach eine gute Frage. Bäh. Uh. Ein Ring. Intellekt brauche ich nicht. Armreif. Max LP plus 5%. Hm. Lohnt sich das? Stärke oder LP? Lohnt sich das 5%? Das lohnt sich glaube ich nicht. Ich meine, so viel ist es jetzt bei uns ja noch nicht. Ich glaube nicht, dass ich das lohnen würde. Und hier kann ich auch noch nichts kaufen, oder? Ja, nur das. Und da habe ich selber genug von, hoffe ich. Ach komm, wir probieren es einfach. Ähm. Auf zur Weltkarte. Dillmore. Die Leuchteseele sägnt dieses Hochland mit einem fruchtbaren Boden. In dieser Gegend gab es einst eine florierende Stadt. Gab es? Das macht nicht viel Hoffnung. Hui. Lady Emma berichtet, dass deinem Talisman eine mysteriöse Kraft in der Boot. Jo, stimmt. Was du? Äh, was? Du glaubst, sie lüben? Lady Emma ist eine ehrliche Person. Ich habe keinen Grund an ihr zu zweifeln. Diese Kraft kann sie auch außerhalb von Schlachten benutzen werden. Was meinst du? Kannst du mir die Kraft jetzt zeigen? Hm, ich weiß nicht. Ich kann es ja mal probieren. Ui. Was ist da gerade passiert? Ich verstehe. Ihnen lohnt die Kraft in ihr, die Zeit zu manipulieren. Bei geeigneter Anwendung kann dir das einen klaren Vorteil im Kampf verschaffen und ermöglicht dir, viele Gegner auf einmal zu bekämpfen. Jedoch wird die Kraft sicherlich nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen. Setze sie klug ein. Uuuuh. Zeitluke ist jetzt verrückbar. Drücke zum Ausflug und dies verlangsamt die Frust der Zeit für eine Weile. Während der Zeitluke werden Monster in der Nähe als Angreif war markiert. So, das lacht mit allen markierten Monstern raus. Uuuuuh, okay. Das macht Sinn. Okay, so kann ich mehr Monster ranziehen. Das ist cool. Das gefällt mir. Das ist ein sehr cooles Genuss. Äh, mystische Kräfte. Mystische Kräfte. Attacke. Ich mag Torgo. Ich vermag die auch alle, muss ich sagen. Ja, nett. Gegner vernichtet. Das war's schon? Ach, ne. Ich wollte schon sagen. Ich mag Torgo von, ähm, weg. Bam! Gegner vernichtet. Ähm, mit vier Schwertern. Das ist cool. Cooler Charakter. Nicht weg. Heuereine von Lachs. Was sind denn das überhaupt für Viecher? Ich hab immer gar keine Zeit, das zu lesen. Die Vein? Diabu? Kampfkünste. Nicht schütteln. Äh, kampfkünste. Wie heißt die, die vor allem? Die Vein. Ja, die Vein. Ich weiß nicht. Bam! Uh, jetzt kommt Torgo. Yes! Ich mag Torgo. Torgo ist gerade mein Lieblingscharakter. Nur von, von der Art her. Muss ich sagen. Oh, ich mag das Spiel. Das geht zu schnell. Egal, geht das nicht. Und noch mehr. Jawohl. Au. Ich muss meine LP da unten mal im Glück halten. Aber hier sollten wir noch keine, ähm, Probleme tun. Attacke jetzt. Ihr heilt euch mal ein bisschen. Das kann nicht schaden. Ich weiß nicht, wie viele da noch kommen. Gegner vernichtet. In Bereitschaft. War's das? Ja! Es gibt noch viel von Power in diesen alten Händen. Ein paar Geschäden. Das Feld eines Mystic Monsters. Eine Modifikationskomponente und Fenrir. Boah. Auch eine Brutkomponente. Was ist das mit einem Brüten auf sich? Allein, dass wir das noch nicht gefunden haben nach, äh, über einer Stunde im Spiel. Uhhh. Sagt eigentlich schon alles. Komm her. Komm her. Komm her. Komm schon. Komm schon. Meine Güte. Muss ich ihn komplett in diesem Ring drin haben? Ähm, Kampfgütze. Mystische Gütze. Attacke. Genau. Finish them off. Zu langsam. Verdammt. Damage. Die machen, glaube ich, Damage. Haha. Yeah. Gruppe Raptor. Okay. Klagenangrill. Ah. Pargus. Rauch da. Pargus ist echt, echt stark. Leutra-Intellekt-Steam. Okay. Gefangener Raptor. Uhhh. Mh. Nicht zerlegen. Krieg ich einen dicken Raptor-Panzer. Panzer eines Raptors. Eine seltene Komponente. Das ist klar. Hoffentlich lohnt sich das. Ich habe keine Ahnung, ob ich die behalten soll oder sonst was. Aber ich mag die Art, wie es gestaltet ist. Zeitlupe. Eins, zwei. Okay. Das ist ziemlich praktisch. Gefällt mir. Und ja, ich weiß, jetzt ist es ziemlich viel ähm ziemlich viel äh die Kämpfe und eigentlich kann ich da nicht so viel zu erklären außer die ganze Zeit zu betonen äh wie sehr ich das Spiel gerade mag oder wie viel Spaß es mir gerade durch das Spiel ähm das ist ein bisschen boh, klar, aber vielleicht vergucken wir gleich ein bisschen Variation rein. Ich meine man könnte jetzt anfangen und sagen was passiert am Ende von der Story? Wir sind ja nicht mal am Anfang glaube ich. auch wenn es mich sehr interessiert ob der Dude der unsere Schwester ähm entführt hat ob der wirklich der Endgegner ist oder also ob es sich äh darum äh ob es darum geht am Ende den zu bezwingen oder ob das einfach nur äh oder ob es einfach nur so ein Zwischen äh ein Zwischen-Story ist und da was viel Größeres dazwischenhängt das ist Emma Liebe gestiegen? Was ist denn Liebe? Ist das ihre ähm ihre ihre Superkraft da jedenfalls gesagt ihre Spezialkraft? Liebe? Moment mal Lachen wir mal gucken Emma Achso ist Heilzauber Uh cool Teufelsband Womit kämpfst du eigentlich? Langschwert und Degen Okay wie viele Waffen stehen bei dir? Torgels Leraie Okay eine Leraie was ist eine Leraie? Die von Torgel genutzt wird nicht so stark wie ein Gewöhngeschwerter wird Ich finde ja cool dass ich das ändern kann bei denen allen muss ich wahrscheinlich irgendwann auch nochmal Ich glaube die drei hätte ich auch so gekriegt aber ich setze die Zeitlupe gern an Ich denke mal ich werde mich da noch müßisch müßisch ja ich glaube ich werde mich da noch mit ähm den ganzen Charakteren nochmal aufeinandersetzen müssen irgendwann aber erst einmal hoffe ich dass ich den Anführungsstrichen so gut durchkomme weil ich wirklich zu verkomplizieren und auch sehen will ich nicht eine halbe Stunde damit zubringen mir jede einzelne Fertigkeit durchzulesen und abzuwieden was jetzt für die Charaktere das bessere ist weil ich habe nicht so das Gefühl als würde ähm das würden dir jetzt den Rest des Spiels mit den vier Generälen von Effeln durch den Weg laufen aber schauen wir mal ich denke mal das ist mal so der Anfang und die Einführung ins Spiel dass man so ein Backup hat also starke Charaktere als Backup wie jetzt halt vier Generäle die einbinden halten und ja schauen das ist das kritische Treffertiming das passt mittlerweile glaube ich das gefällt mir und gehen die Kämpfe nämlich auch schneller rum ich will den Turbo-Modus noch nicht reinnehmen bis ich erstmal ähm eins spielen kann mit allem aber naja ich erzähle halt auch gerne dann kann ich einfach zwischendurch 5000 Mal die selben Sachen wiederholen und ich wundere warum sich das am Ende keiner mehr antworten kann Hallöchen das ist aber mutig von dir von dir allein die Herzen Attacke ich mach mir einen ganz normalen Angriff das wollte reichen ich hab dir eigentlich kritischen Angriff nach dem anderen ich bin ein ganz normales was ein glückliches Tag neuer Klasse geübter Kämpfer oh cool Gefangener die war ihm nee den behalte ich den den nehm ich mit den zerleg ich nicht zerleg die nur wenn da unten irgendwas widernisses also was seltenes quasi ähm Rush Künste Zweihand Teufelskünste Spann ich will nach beiden Seiten als wolle man Kobel auf den Schultern treffen leichter Schaden okay cool wo kann ich denn was war doch hier oder nicht ah warte ähm könnte ich das äh könnte ich das ändern ah Kampfstilwechsel was haben wir denn hier zwei aktueller Kampfstil 2 Kraftgriff Einhänder okay ich hab keine Ahnung wo wir jetzt achso klasse geübter Kämpfer okay krasse im Vitra ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung ich hab keine Ahnung blockter ist einer der vier generäle offlands sein muskulösem körper steckt ein weiches herz zieht David achso David ich will mal David sagen David als Bruder an sie liebter Kämpfer ist ein Yama Emma einer der vier generäle überhaupt ernst und getrieben aber Eflin treu ergeben und ihrer einzigen Tochter wer ist die einzige Tochter Eflin oh hat Emma vielleicht noch ne Tochter ach ja ah pagos Rasse Xviti Güter Schamane ein Meister der Informationsbeschaffung und äußerst geschichtsinteressiert Torgel ist ein Sovani Anführer der vier generäle und Davids rechter Hand warum ein Sovani dessen Rasse für ihren stolz furchtig ist für Eflin ist unbekannt okay also der Torgel scheint doch noch mehr zu stecken als der erste Blick vermuten lässt ihr geht mir aber bitte jetzt nicht auf den Sack ach komm her komm her ich nehme jeden Gegner mit den ich finden kann jedenfalls jetzt am Anfang damit ich die Leute hochleveln kann ähm das kann dem Fall sich schaden das mach ich eigentlich fast immer so bei dem Final Fantasy ähnlichem Spiel ähm der Final Fantasy 10 die Folge hochgeladen hab von Schiffmanns glaube ich gesehen hat der Merkler soll dass ich am Anfang alles mitnehme und zum Schluss dann halt relativ leicht durch die späteren Gebiete komme das macht es halt ziemlich praktisch das sollte man noch tun ich meine es gibt auch Leute die kämpfen nur das was sie wirklich müssen aber dann bekommt man zum Schluss ziemliche Probleme Raptor eine Brutkomponente ich weiß nicht warum ich eine Brutkomponente finde aber wir werden das schon irgendwann herausfinden bitte sei was Gutes 12.000 Gold oder Karte von Dillbor ach die Bittikantin da ist er schon gekommen dann gehen wir jetzt hier rüber und dann über die Ebene darüber anfangen ich glaube ich setze Zeitluper ein und ziehe so viele Gegner wie möglich Hi komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon und wenigstens noch die die anderen noch mit nein ach verdammt längst nicht so geklappt wie ich mir das vor sich hat was ich mich aber auch frage wir sind hier also wir haben vier Generäle dabei die ziemlich ja ziemlich bad sind Jana Kralle Krallein ist Jana ok ähm warum haben wir nur insgesamt nur acht Leute ja du komm mit komm her ach das wollte ich eben nicht verdammt gegnerischer Vorteil wird man von einem Monster im Freien berührt ist das in der kommenden Schlacht mein gegnerischer Vorteil dies kann durch ein eigens angreifen das ist okay goddammit aber na gut das Gute ist dass man ähm Kampfkünze Kampfkünze das Gute ist dass man wirklich wow das ist ein richtiger Vorteil wenn man auf die Moralanzeige guckt ähm Gegner verliebt hat ja auch nicht viel gebracht ähm das steigt alle so viel ich hab keine Ahnung was ich mit euch machen soll let's do this danke jetzt hab ich vergessen was wollte ich denn sagen ach keine Ahnung fällt mir bestimmt irgendwann wieder ein wir nehmen mal mythische Kräfte oder mystische Kräfte zauber baa ah das ist nochmal eine coole Gruppe ich find's auch gut dass man am Anfang relativ wow Torgel alter wie dachte du kannst du kämpfen oh seltene Brutkomponente ich weiß nicht was ich mit Brutkomponenten anschaffen kann ich glaub ich hab das jetzt oft genug betont ich muss da lang von da bin ich nicht gekommen da gibt's irgendwie noch ein Monster da muss es eine Kiste geben da oben muss ich hier lang ich glaub nicht oder ach doch ich muss da lang verdammt hier vielleicht mal speichern sollen vergesse ich zwischendurch immer das war was was a prosperous town it was centered around the remnant of peace the rubber soul was there a war no the one the remnant was bound to passed away the world is filled with countless remnants no to look alike or share the same power however however they all have one thing in common and that is when a remnant is not bound to a soul it calls forth disastrous misfortune this calamity is known as the collapse shh hide yourselves i see them two men and a dark-haired little girl what did you do to her this must be our cue this must be our cue Oh fuck. Und Arena ist wieder weg. Was sind das für alte Typen? Oh, Bissiung besiege den Gegner. Kriegen wir hin. Äh, Kampfkünste. Mystische Künste. Attacke. Okay, ähm. Ich hab mich selbst nicht gewundert, wenn die Arena an das, ähm, Artefakt des Friedens binden wollen, um das wieder aufzubauen. Aber das hat für mich kein Sinn gemacht. Warum ausgerechnet die beste Frage? Also, naja, mal schauen, worum es am Ende geht. Und was jetzt als nächstes passiert, okay. Da muss ich ja andere Knöpfe drücken. Als die vier Aktionstassen. So langsam, verdammt. Bam. Ich hab vernichtet, okay. Ich bin gespannt, wie lange das jetzt da aufbaut. Komm mal, da kam ja eigentlich aus dem Boden. Emma ist wenigstens in der Lage, aufzuhalten. Der Rest ja nicht. Irgendwann ist Lockdown. Okay. Ich muss dich informieren, dass ich keinen Weg verletzen werde. Ähm. Mythisch und mystisch. Hey, improvisieren das mal so nicht. Wir machen mystisch an. Das scheint, dass ich geklappt. Puh. Was kratsch, das so gedrückt. Okay. Im Block da ist jetzt immer der rechte unsere Bumper. Bumper. Wie viele denn noch? Intervents. Attacke. Attacke. Das war's. War's das jetzt? Ich hab keine Wahl mehr. Attacke. Kampfkürze. Jetzt gibt's nämlich jetzt noch auch die Maulung. Ich hab' dir gezeigt, dass ich den Anruf. Ich glaube, ich muss ja noch gegen das große Ding hin. Ich weiß nicht warum. Ich hab' das irgendwie im Gefühl. Und so ein richtiger Boss fehlt noch bisher. Weil wir hatten diese große Echse. Ähm. Ähm. In der Höhle, ganz am Anfang. Mit Emma. Aber das hat ja auch unser Talis-Dombenner. Weiß, äh, beweiten. War ja nur, um die Macht des Talis-Dombennern zu zeigen. Gegner verlichte. Von daher. Es gibt noch viel Kraft in diesen alten Haaren. Ja, in diesen alten Haaren. Gefangene abscheuliche Pflanze. Äh. Verhaltig. Vielleicht kann ich die ja gut verkaufen. Es war so, wenn du gesagt hast, Lord David. Die Fliegretung ist ungewöhnlich ein Remnant. Confirm this with the Academy Yes, my lord Who could be behind all this? We do not know enough at this point Verily, this situation is more complex than we'd imagined Yes, we should postpone any course of action until we know more What about Arena? Should I just keep my fingers crossed? We are not dealing with an ordinary foe A well-researched plan is essential Dave, come on! Torgle is correct We are dealing with forces that control a remnant not even the Academy knows about Jumping to conclusions will only place Arthlem in danger You must understand my position, Rush Where are you going? To find Arena, obviously You know how the people of Athlem are the most important things in your life While Arena is the most important thing in mine Well, thanks for the help along the way I'll go out alone from here Lord David, we still know nothing about his talisman Perhaps we should have stopped him Perhaps I am aware that we need more power As the Gabog and Valeria heart won't suffice The future of Athlem is at stake here The future of Athlem is at stake here Arena 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 feeling better you're a picky eater sorry the menu's not fit for a princess like you Hey Rush Rush is dead No Stop mourning the dead and eat your meal You are vital to him You should be honored Hey, wait up How long are we gonna keep her like that? Let's just hand her over You pity her? This whole deal makes me sick She's just a kid I am merely following the Lord's orders As you should follow mine Fine Then give me some real orders I'm sick of being a damn babysitter As you wish Let us go forth to the next remnant Okay Okay Ich dachte, ich könnte mich auf diese Typen verlassen Ich hätte es von Anfang an alleine machen sollen Ey, die haben ja immerhin Also mir die Grundzüge des Spiels erklärt Aber alleine habe ich es auch nicht sonderlich weit gebracht Ich glaube Ich glaube, ich brauche tatsächlich die Hilfe von anderen Yeah Die Verwandsabstellung wurde zum Gruppenmenü hinzufügen Verbände können nun frei erstellt werden Maximale Anzahl von Verbänden in deiner Gruppe ist nun 10 Okay Die maximale Anzahl von Einheiten pro Schlacht ist nun 3 Einheiten in der Gruppe ist 10 Torgel und Ermasdruck machen die Gruppe verlassen Okay Oh Gott Ähm Okay Okay Da haben wir einiges zu tun Können wir einfach Leute anheiern? Davids Bewunderer Erfnungsherrscher, Lord David ist ein guter Mann Der sich wirklich um unsere Bedürfnisse kümmert Der frühere Marquis starb Als Lord David noch sehr jung war Das haben wir Sogar schon gehört Ähm Okay, also Arena wird anscheinend Ähm Ich spreche gleich mit ihr Keine Sau Wird gerade festgehalten Irgendwo von Dem komischen Kapuzenheini Und dem Ähm Anderen Vogel Der sie am Anfang auch entführt hat Aber Anscheinend Suchen die Artefakte für irgendwas Und die dienen irgendwen Irgendeinem Lord Hei 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 Ich bin mal gespannt Wo das noch Hinführt Die haben mir gesagt Dass wir tot sind Das ist unten Erfnungsherrscher Hi Was ist los? Ihr seht verloren aus Falls ihr Informationen benötigt Schaut in der Bar vorbei Wenn ihr mich spannend ersucht Begeht euch zur Gilde Yeah Die sind alle so arrogant Mit denen will ich gar nicht zusammen kämpfen Ich muss ja ganz ehrlich sagen Aber uns bleibt wohl nichts anderes übrig Alright Euch haben wir schon über alles gesprochen Ne Gehen wir mal zur Gilde Denk mal Dann müssen wir uns unseren Platz und unseren Respekt erst verdienen Je nachdem Hi Dudes Möchtet ihr eure Gruppe erweitern Einheit an Gildenaufträge Ich kann euch die Gildenaufträge zeigen Die verwischtbar sind Uh Edi Was Sogar eine 10er Kampfkette Zürrling Demonstrat Acht Spinnen Dunkelteil Blau Hei Okay McGrady Und Oaks Kann ich anheuern Helle Bade des Kampfes Okay Macht anscheinend Ziemlich Damage Heilzauber Okay Wie sieht's bei dir aus Okay Nur was mehr Gibt's aber nur Da mit Das ist aber mehr Künste Nämlich Oaks oder McGrady Ich kann doch beide nehmen Theoretisch hat die Gilde dazu Hättet Ich müsste mir grad eh nix kaufen Danke Und dann machen wir Gildenaufträge Ähm Vergewöhnliche Anführer Erledigt Gucken mit dem mit Stärke 26 plus Okay Bericht ermitteln Oh Plant von irgendwas Und 500 Gold Schöne Kampfketten Erzeuger eine 10er Kampfkette Zangen Zangengriffe erhalten Eine neue Formation Erlernt Oh cool Okay Da müssen wir Im Dunkeltal Acht Spinnen töten Okay Da kann ich keine neuen annehmen Da krieg ich nur welche Hi Krasser Söldner Gildenaufträge Gildenaufträge Es gibt aller mögliche Arten Von einfachen Kram Bis hin zu echt Harding Jobs Hey Wenn ihr Zeit habt Dann schaut sie euch mal an Übernimmt doch erstmal Einen oder zwei Ihr sagt jetzt was anderes Cool Wenn ihr nachher was sucht Zu tun sucht Dann ist die Gilde Der richtige Ort für euch Und das ist keine Wohltätigkeitsveranstaltung Ihr bekommt eine nette Belohnung Wenn ihr die richtigen Aufträge annehmt Naja Ist ja nicht so Als würden die Jungs Die auch was daran verdienen Yeah Okay Wir haben jetzt zwei People dabei Oaks und McGrady Ähm Ich gehe mal davon aus Ähm Gut Mitglieder Warum seid ihr Reserveeinheiten Kann ich euch nicht Kann ich euch irgendwie Verbandsaufstellung Nee Einheiten bestätigen Was Wieso Hä Wie kann ich sie denn hinzufügen Okay Die Kampfstil wechseln Kraft mit Einhändern Es ist mir eigentlich gerade egal Ich will euch eigentlich nur In den Verband einbringen Wie mache ich das Gucken wir die da Ähm Okay Ich habe keine Ahnung Wie ich das machen soll Ähm Aber wir gehen mal in die Bar Die muss ich auch Äh Wo bin ich denn Meine Mensch Ich kann doch nicht Kamera Da muss ich hin Ähm Wir gehen mal in die Bar Vielleicht gibt es da was Neues Wodurch wir irgendwie Jetzt erfahren Was wir eigentlich tun sollen Ich denke mal Wir können einfach In irgendwelche Gegenden fahren Reisen die auch immer Äh Okay Das haben wir schon gehört Hast du irgendwas Du bist neu Monsterjäger Ich Ich bin der Monsterjäger Was braucht ihr Erzähl mir was für Monster Alles klar mein Freund Habt ihr Zeit Euch eine Weile zu setzen Monster darf man nicht hetzen Wisst ihr Ich habe Zeit Alles klar Also los Nun Wenn ihr auf ein Monster trefft Dann schaut es euch gut an Wenn ihr euch etwas Zeit nehmt Dann könnt ihr beurteilen Ob es aus einem Kampf aus ist Oder nicht Okay Monster Okay Bleibt aber auf Distanz Es ist am besten Wenn ihr es beobachten könnt Ohne dass es euch sieht Das ist ein alter Jäger Trick Cool Als nächstes steht der Kampf an Wenn ihr euch für den Kampf Gegen einen Monster entscheidet Dann seid vorsichtig Am Ende kämpft ihr sonst Nicht nur gegen eins Sondern gegen eine ganze Reihe Von Monstern Das ist in Ordnung Wenn ihr aber auf eure Beute Empfangs seid Das ist eine ganz andere Sache Wenn ihr Belohnung wollt Soit so viele Monster Wie möglich Umgehalten Aber spielt nicht herum Und macht Faxen Wenn sie näher kommen Selbst wenn sie harmlos aussehen Weiß man nie Was so eine Bestie anstellt Drücken von Das ist eine Akkuentziehung Beärgert die Gegner Bedeutet dass die Mütze Volle gerade Brush überall voll Okay Denkt dran Übung macht ihr Meister Habt Vertrauen in euch selbst Und ihr werdet es schaffen Nun Das reicht für den Moment Noch mehr Und ihr macht mich arbeitslos Den Rest werdet ihr schon selber herausfinden müssen Gute Ja Danke Hey Keule Hast du was Neues? Willkommen zurück Süßer So ein Mädchen war zuletzt öfters hier Äußerst geheimnisvoll Außerdem eine ziemliche Granate Kein Vergleich zu mir allerdings Ein Mädchen Okay Hey du Bist du? Nein Du bist das nicht oder? Ich nehme an Ihr habt schon in der Bar von mir gehört Nicht einfach an einem Ort wie diesem Dem Gerede zu entfliehen Ich habe ein Problem Ich muss jemandem einen Brief überbringen Nun ist diese Person leider in eine Gegend aufgebrochen Die von Monstern verseucht ist Und hat mich hier zurückgelassen Ich suche jemanden der diesen Brief für mich überbringen könnte Würdet ihr mir helfen? Klar Vielen Dank Ich schulde euch was Definitiv Hier ist der Brief Der ausgeliefert werden soll Der Empfänger sollte sich am Eingang der Rubilia-Ruinen befinden Wenn ihr die Rubilia-Ruinen verlasst Sprecht erneut mit mir Tut ihr dies nicht Wird sich die Situation verändern Und ihr werdet euer ursprüngliches Ziel aus den Augen verlieren Ich bin direkt dahin geportet worden Okay Da habe ich nicht mitgehört Bist du der Dude? Mit dem ich sprechen soll? Wahrscheinlich Hi Trauernde Jammer Vielleicht hätte ich in Ephraim warten sollen Aber nun, da ich hier bin Hä? Wer seid ihr? Was wollt ihr? Dieser Brief Was? Er wurde euch von einer Mitradame übergeben? Ich kenne keine Mitradame Aber trotzdem danke Ich habe Briefe mit jemandem, der mir sehr nahe steht, ausgetauscht Aber eines Tages kam einfach keine mehr an Ich wollte sie so gerne sehen Ich sollte nach Ephraim zurückkehren Teilt der Mitradame meinen Dank mit Okay, das war einfach Willkommen zurück Ich bin froh, euch gesund und munter zu sehen Habt ihr den Brief überbringen können? Vielen herzlichen Dank Hier ist eine kleine Entschädigung für euren Aufwand Oder Gold? Dafür, wow Es gibt so viele Leute da draußen, die Hilfe benötigen Wenn ihr über den Weg lauft, hört sie doch bitte an Den Bedürftigen zu helfen, wird auch euch weiterbringen Ihr werdet viel dadurch gewinnen Die Kraft, euren Willen zu stärken Freunde, die ihr Leben für euch riskieren würden Geschichte Wahrheit Hoffnung, Furcht, Hass Es gibt viele Dinge, die euch widerfahren werden Gute wie schlechte Ihr werdet daran wachsen Ich weiß, dass ihr sie bewältigen Und euer Schicksal in die eigene Hand nehmen werdet Wir werden uns wiedersehen Eines Tages Mission erledigt Tagesanbruch Und weg ist sie The fuck Bowson Bowson Hallo Kumpel Mein Name ist Bowson Ich bin ein Typ, der seinen Unterhalt damit verdient Die Direktjams anderer Leute zu erledigen Ich denke, man könnte mich einen Söldner nennen Aber das hört sich nicht so gut an Auch ihr seid durchaus kampferprobt, nicht wahr? Ich kann es in euren Augen sehen Das sind die Augen eines Mannes Der in den abgelohntesten Todes geschaut hat Und Geschichten zu erzählen hat Kein Zweifel Ihr seid ein Krieger Und zwar ein guter Lasst mich zum Punkt kommen Ich wurde angehört Einen gewissen Auftrag Für einen gewissen Aristokraten zu erledigen Aber er ist ein wenig knifflig alleine Ich hatte gehofft, einen Partner zu finden Was meint ihr? Interesse einmal Auftrag? Wir haben es hier mit einer feinen Herrschaft zu tun Da sollte eine ordentliche Belohnung drin sein Klar, ich bin dabei Das ist es, was ich hören wollte Ihr wusste Ich wusste, dass ihr seid ein ganzer Gerl Okay Erledigt eure Angeleiten Und trefft mich bei den Gesselnhöhen Ich werde euch dort in die Einzelleiten einreiten Ja, machen wir doch direkt mal Werde ich direkt dahin geportet? Ich werde direkt dahin geportet Eigentlich praktisch, aber Na gut, machen wir das jetzt noch Und dann, äh Schauen wir mal Oh, ihr habt es hier ja geschafft Nun, denn Es geht hier um folgendes Der Sohn eines gewissen Aristokraten Unser Arbeitgeber nebenbei Entschloss sich Hier in den Höhlen zu spielen Das Problem ist Er kehrte niemals zurück Je nach Tageszeit Will mitdessen dieser Höhle vor Monstern Es ist möglich, dass er einfach eingeschlossen wurde Bei dem Versuch, sich vor ihm zu verstecken Wie auch immer Es ist an uns, den Jungen zu finden Wie? Ihr habt etwas Spannenderes erwartet? Ob ich glaub noch nicht Hier steckt mehr dahinter Als nur den Babysitter zu spielen Der Junge ist lediglich Ein weinerliches kleines Ding Und ein ziemlicher Schwächling Außerdem Seine Leute sind ziemlich besorgt Zudem geht das Gerücht um Dass sich eine Bande Fieser Banditen in diesen Höhlen versteckt Wenn wir den Jungen nicht finden Bevor sie das tun Nun, lassen Sie einfach dafür sorgen Dass das nicht passiert Okay? Auf geht's Yeah Ich weiß übrigens immer noch nicht Wie ich Leute meinen Verband Verbandsaufstellung Gasverband Das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht Wie kann ich euch denn Einheit ersetzen Einheit nennen Okay 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 Na, kann man Drei entfesseln Uh Formation ändern Zangengriff Okay Verstand Angriff der Frontlinien Abwehr der Flanken Verstärkt Stiche Verstand die Wirklichkeit Der vorderen rein Angriff der Fallspitz Abwehr der Flanken Das bringt mir glaube ich Gerade noch gar nichts War genutzt Ich mach mal Ich behalte das mal So bei Wie es jetzt ist Ähm Werd da jetzt noch nicht so viel Umfuchteln Okay Da geht der Angriff Umfuchteln Machen wir das Ja Moment Okay Pfeil von Erfnung 2 entfesselt Ernst? Ähm Einheit bestätigen Ich lass das einfach mal So Das wird schon klappen Okay Wir haben 2 Einheiten Durch den Gastverband Schauen wir doch mal Ähm Hier waren wir ja schon Das heißt es sollte nicht So schwer sein Hi Let's do this Okay Jetzt wollen wir mal schauen was Oaks und McReady können Wahrscheinlich gar nichts Ich sterb jetzt einfach Ja dein Gastverband Der gut beitritt Kannst ihm keine Kampfunfälle geben Er handelt autonom Finde heraus wie du Gastfälle mit einem Kampf unterstützen kannst Interessiert mich überhaupt nicht Mystische Kämpfe Ah Hier waren Mit den Kampfdingern Egal Bam Geht dafür nicht gut Okay My Green Du bist gut Blockade Sieht mich nicht Äh Ausweichen Danke Wow Borsen Du bist gut Kann ich dich Verpflichten Geht das Das wäre super Was haben wir eigentlich Entgold 1400 Das ist auch noch Wenn wir die 2 aus der Gilde Jetzt anscheinend Dauerhaft haben Ist das voll in Ordnung Links oder rechts Ich tippe mal auf rechts Sieg ich den links wieder da Hi Nein Ach verdammt Let's do this Attacke Ich hab gedacht die Kiste Wär wieder da Ich sag immer Kisten Obwohl es Artefakte Oder Trudel Oder was auch immer So Ah Tacke Yeah Das sollte jetzt nicht So das Problem sein Au Geflüchtet Du Feiger Hund Ende Alright Das auch Es geflüchtet Der feige Hund Der feige Hund Fass es nicht Man so groß sind die Hüllen nicht Von daher war das klar Dass die hier sind Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Lass mich in Ruhe Ich will heim Hilfe Na Ruhe jetzt Die Stimme Verdammte Counter Rush Wir beeilen uns besser God damn it Guck mal diese Banditen Was haben die mit Kindern hier in diesem Spiel Meine Güte Hilfe Pass auf Hör auf dich zu wehren Du sitzt Hör auf dich zu wehren Du sitzt da Wie ein gutes Opfer Nein Komm schon Gib's auf Das sollte eine Kindesentführung werden Sieht aus als wäre es eher eine Riesenentführung Hahahaha Er kann uns auch nicht jede Mühe zerquetschen So eine Erlöse geht für ihn vorn an Wenn wir flatt wie Flundern sind Halte den Mund jetzt Beide Dann Sie haben mir gesagt Ein krankes weinerliches kleines Kind wäre in der Höhle verloren Du sollst nicht wissen Dass es ein riesiger Jammer Dummkopf ist Das sieht nach Ärger aus Rush Wir müssen ihn retten Ah Okay Alles klar Lass uns diesen Typen geben Was sie verdienen Haha Der könnte sie aber wegkicken Wie klein wie hier Besiege den Banditen raus Er sollte jetzt nicht so schwer sein Er kann mal mystisch treffen Sollten ja nur den Banditen brauchen Von daher Sollten ja nicht so das Problem sein Bam Der macht Damage Das gefällt mir nicht Ähm Boros Räuchte dich nicht mehr Danke Bam Natürlich blocken sie Halt dich mit Itemkünsten Essie hochhalten Ja Haus Halt Der Kampf geht nicht in die Richtung wo ich ihn gern hätte Macht sie fertig. Gegner vernichtet. Okay, 750 Gold. Das hat sich echt gelohnt. Hätte ich nicht gedacht. Danke euch, Herr. Ich hatte richtig Angst. Keine Sorge, Junge. Du bist nun mit Sicherheit. Rush, ich werde den Kleinen hier nach Hause bringen. Wir treffen uns in der Bar von Aflind. Dann werde ich euch euren Teil der Belohnung geben. In Ordnung. Wir sehen uns da. Gastverband die Gruppe verlassen. Okay. Und zurück zur Bar. Gute Arbeit, mein Freund. Ohne eure Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Der Vater des Jungen war auch äußerst dankbar. Hat mir direkt die doppelte Belohnung gegeben. Hier, das ist eure Hilfe. 500 Gold. Yeah. Das habe ich so nicht erwartet. Ich kann hier etwas wirklich Schönes besorgen. Nichts, nichts. Ich habe nur laut gedacht. Solltet ihr jemals einen Kameraden im Kampf brauchen, schaut bei der Gilde vorbei und lasst es mich wissen. Wir sind jetzt Freunde. Also meldet euch einfach. Yes. Das gefällt mir. Ähm. Ich konnte mit tatsächlich Legenden erzählen. Cool. Dann machen wir das doch direkt. Bevor ich das in der nächsten Folge dann vergesse. Jep. Und dann. Werde ich auch speichern und diese Folge beenden. Die geht nämlich jetzt auch schon wieder lange genug. Boris ist aber nicht hier, ne? Nein. Hi. Kann ich irgendwas? Habe ich irgendwas erledigt? Natürlich nicht. Einheit anhalten. Boss. 2.800. Du. Verdammter. Sollte das einfach aufwachsen, als er bereits spart Geld für jemanden speziellen. 2.000. Beizacktes Kampfes. Er ist aber cool. Der macht auch ziemlich, äh, Damage damit. Okay. Ähm. Ich wollte nicht Pause machen. Speichern. Speichert. Speichert abgeschlossen. Ähm. Ja. Das war die zweite Folge von. Warte. Von The Last Remnant. Wir sehen uns in Folge Nummer 3. Bis dahin. Tschüss.